Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf Deine Weise. Das wird nicht ausbleiben, dass da auch bunte Vögel ums Haus streichen. Was heißt bunte Vögel? Punks? Nein, nicht unbedingt Punks, aber farblich sehr auffällige Menschen. Wicke, wicke, wicke! Spanner! Der tut ja hier alles auf. Das kommt nicht drauf. Das kommt. Streichen, streichen! Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Guck mal in die Kälte. Also, ich kümmere mich darüber. Oh! Wenn ich jetzt eine Karte bestelle, für zum Beispiel Tannenhäuser... Und dann kriegst du das erst in 8 Jahren. Das war's für heute. Das war's für heute.